Hallo Leute, ich bin's, euer Mathe. Hallo. Hier mit Max Wagner. Ja. Ähm, Goalkeeper. Ja, mein Kanal ist geheim. Der heißt Max Wagner. Alter, fick dich! Das schnellst du raus! Nein, schlecht. Doch! Ich will dich ja massiv über... Ab mir da! Was für Beleidigungen der eigentlich weiß. Ab mir da, kein Ab mir da! Ich wollte mich mal entschuldigen wegen... Mittwoch, weil da hat er ja kein Video hochgeladen, weil er zu dumm war und nicht dran gedacht hat. Auf meinem Kanal kommt jetzt übrigens heute wieder ein Video hoch. Nein, nein, nein. Das war eine andere Erklärung. Weil, ähm, ich halt Fußballstress habe mit dem Stützpunkt Kreis. Das war ein normaler Verein. Halt... Ja, das ist alles ein bisschen stressig. Dann auch noch Schule. Ja. Wir haben noch immer nicht Englisch zurück. Das, was wir jetzt schon vor einer Woche geschrieben haben. Ja. Weihnachtsferien ist alles richtig stressig. Also, ihr wisst gar nicht, wie so ein Leben von einem YouTuber. Bald werde ich übrigens meine eigene Webseite für meinen Kanal eröffnen. Für alle, die es noch nicht wissen. Glaub ich. Weil, ne, also... Ich will dann alles richtig geil. Da kann man mich dann abonnieren und man sieht die neuesten Videos und so. Ja. Ne, geil ja nicht. Das bedeutet ja, bereit. Heute kommt mal ein ganz kurzer... Vlog? ...Statement her. Vielleicht sollten wir auch mal so... Ja. Mal gucken, mal waschen... Oder Fotoplacement. Aber da brauchen wir viel mehr Abonnenten für. Ähm, ich hab noch eine Sache. Demnächst kommt noch ein Video über meinen Stress. Mit Schule, mit Freunden. Genau. Mit Fußball, mit alles. Bin ich eigentlich dein Freund? Vielleicht. Ja, aber YouTuber, wir sind einfach YouTuber-Freunde, ne? Aber nicht in echt. Ja, genau. Nicht in echt. In echt hassen wir uns. Amina, koin! Amina! Langsam. Komm schnell. Okay, dann... Demnächst kommt noch ein Video raus.